Aber der eine, der eine Schuss musste ich ihn lassen, war nice. Der Rest war ja... Einer war gut, aber das andere war eigentlich nur gespammt. Er hat halt, er hat einfach... ... diesen einen Schuss halt durch diese Treppenspalte getroffen. Joa... Der Rest war einfach nur gespammt, das sind wir mal ehrlich. Aber das waren, das waren meine besten WoW-Aims, die ich da gerade rausgehauen hab. Das ist auch der einzige von uns, der WoW-Aim hat. Aber leider schießt er zu viel rum. Du musst ihm was am Ende sparen. Bisschen mehr mit Schwert machen, ne? Mhm. Ich bin mit... ... Timon Rother. Warum? Ist das Teams? Ja, wir sind Timon Rother. Oh. Mit wem bin ich? Ja, mit Xare. Als ob. Ist ja viel zu unfair. Ich weiß. Warum? Ja, Fungi ist mit Xare im Team. Warum, wir reißen das Ding. Ich bin mit Manni 91. Okay. Hast Alex Kinn. Liebt diesen Server. Oh, Dias, Schuhe, äh, Eisen, Axt und Bogen. Guter Anfang. Wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bekommen wir die doch. Komm raus, run. Ich hab ne Hose. Du musst dich da wechseln, Dinger. Sorry, es ist eurem Rennen-Rennen-Ling. Oh, wie geht's dir? Oh, wie geht's dir? Sorry, ohne Tage ist. Nein, Adio. Lol, man kann brennen, Nadine. Oh, oh. Nein. Weiß ich das jetzt auch. Hm, ein Team. Woh, da kommst du zum Fight. Sorry, es war's nicht dran. Alter, vier Leute. Oh, habt ihr da? Pardon. Oh, der hat gar nichts gehabt. Ich hab' einen Bogen. Der nimmt mit. Also, wenn ich einen Bogen finde, wo weiß ich, wie meine Bogen jetzt abgehen können. Also, am Ende war es eigentlich nur gespäme. Aber, es gibt Schüsse, die waren schon sehr gezielt. Einer. Naja, nicht einer. Ein paar mehr. Ja, was ist denn da wieder los? Hä? Ist das ein Dreierteam? Leuchtet. Ich hab' da Team einfach drei Leute. Ja, die Team einfach. Die Team einfach zu dritt. Was ist das? Ja. Haben sie vielleicht auch nötig bei dem Skill. Ach, Rose ist auch wieder da. Ah, ja. Oh, das war neulich. Das war neulich. Das war neulich. Das war neulich. Wer? Report Starstorm. Hier ist der Hacker. Ja. Okay. Ist auch noch hier? Oh, da hat er das Spinnetz. Ja, das noch hier. Ich nehm' den Helm und den. Ja, ich nehm' den. Infinity Money. Oh, Blendonia's on. Oh, die Blendonia's on. Haha. Nein. Nein. Wieso? Wieso? Weg! Ich hatte Freunde gleich. Jetzt soll ich mich nicht sehen. Oh, da ist... Oh, hier ist es richtig nass. Das da noch drin ist. Oh, Xari, du bist ja auch so ne kleine... Ist irgendeiner von euch schon tot? Ja, Xari. Nein. Wir sind grad bei seiner Leiche. Nein. Ja. Der ist doch nicht tot. Nein. Nein, das machst du jetzt nicht. Nein. Der ist doch tot. Ich hab' nichts gemacht. Ich bin in den See reingeschwungen, Lava. Wieso bist du in den See reingeschwungen? Wieso bist du in den See reingeschwungen? Wieso bist du in den See reingeschwungen? Nein. Ein Gegner weniger. Nein, bist du. Doch, er ist wirklich tot. Oh Gott. Wir waren grad bei seiner Leiche. Aber da steht das... Da steht, dass er getötet wurde. Und nicht durch Lava. Du hast den Gediss. Ich steh' euch immer noch im Weg. Wer ist denn da oben? Ah, okay. Nicht ihr. Zwei neue Opfer. Lebst du noch, Leon? Ja, ich lebe noch. Och, Mann. Natürlich lebe ich noch. Nein, wir haben Supply drop geloset. Wir sind nicht down. Get down mit euch. Ja. Danke, dass du den Tod rum hast. Hier übrigens, wenn man in die... In die Lava-Seel rein springt, dann kann Hero Brine enttöten. Ja. Ach so. Der Typ von mir ist grad in den Tod gesprungen. Blende uns in der Runde. Ron, Ron, Ron. Oh nein. Nein, Blende ist in der Runde. Nein. Hast du ein gutes Schwert? Ich hab nur... Ich kann hier die Wanders aus dem Eisenschwert rum und... Müssten wir zur 6 in der Runde Duos aufnehmen. Das wär geil. Rose kommst du auch? Müssten wir zur 8 in der Runde. Dann könnten wir... Dann könnten wir... Ja, dann können... Boah. 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 Dann können wir irgendwie SG Duos oder so spielen in Zweierteams. Ja, Rose, wir sind SG Duos. Oder einfach SG halt. Haben wir einfach die Fightling-Spiele hier? Ja, ich hab... Oh, Tier-Shirt. Danke. Okay. Gut. Let's match. Let's match. Eine Minute. Ja. Der Typ hatte nicht schlechtes Equip. Oh, ich brauch ne Hose. Ja, okay. Ich glaube... Ich glaube... Ähm... Ah, das sieht nicht gut aus. Wirklich? Ein Kilt, dann haben wir gewonnen. Meine Rüstung sieht gar nicht gut aus. Ich hab 8 Kills. Ja. Läuft. 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 Hose, bitte nicht in der Aufnahme. In der Aufnahme. In der Aufnahme. Sonst wird das... Das Video wird instant gestriked. Hose. Ich hab... Wir müssen jetzt run vor Blendo. In Opa aus. Wenn wir rennen, Blendo kommt. Blendo, warte. In Blenda. Lass uns in Ruhe. Geht zugleich hier. Ganz seit Schlangen, hier Blitze ein. Ja, du weißt... Blei drauf. Blei drauf. Komm. 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 Dann sind wir da alle gleichzeitig hinterheran. Hallo? Hey, nicht da wollen. Hallo? W- Ja, okay. Hey, ich will grad weggehen. Ja, genau. Hä, wie?! Hä, wie? Ich hab... ein scheiß spiel was ist das so ein scheiß spiel ich hab dich von drei abgeschossen xavi kannst du mal wieder anfangen zu warum hast du plant eingeladen wir machen zwei was weiner okay durch die elf geht es also fast neuer rekord ich laufe blend in die partie 1 1 ist doch nicht also sprach